Die Aufnahme ist wieder gestartet. Alles noch gut. Ich muss hier doch irgendwie mal so einen Scheiß-Lagerplatz sehen. Zehn Arbeiter. Ich nehme zustande weg. Wieder geschafft. Ich will mir so eine Halle machen, damit ich endlich mal Sinn kriege, weil ich habe zu wenige Arbeiter. Da bin ich wieder neu. Ich habe immer wieder die Dachse. Und alles weg damit. Erhöhen, die Dachse. So, wollen wir noch Häuser, die Häuser erhöhen. Ja, 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 da brauche ich aber ein großes Team, was sich dann hier hinstellt. Am Tag 60 kommt hier dann die große Invasion. Ich habe zu wenige Arbeiter, das ist scheiße. Was ich brauche, ist wieder Energie vor allem. Das würde schon mal gehen, aber ich kann, ich bräuchte eigentlich diese Scheißhalle. Okay, jetzt nehme ich mit. Hier passt nichts mehr hin, okay. Das würde schon mal gehen, aber ich kann, ich bräuchte eigentlich diese Scheißhalle. Ich muss mich demnächst hier lang weiter auswählen. Wie viele Mitarbeiter haben wir das? Das ist doch wieder gut. Das würde ich nicht. Ja, man muss hier, kann man auf den Haken klicken. Ich brauche 1500, kann ich das mal hier hin. Was fehlt denn hier? Am Gold. Was habe ich an der Erröte? Attention, building completed. You are going to pay me for this, right? My bow and arrows are ready. Yes. Attention, building completed. Yes. My bow and arrows are ready. Are there other units to bother? Yes. Yeah, 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 yeah. Ich sage das, solange ich es habe, die sich halt hier nochmal zwei Türmchen hin und ich hoffe, dass sie sich hier nicht umherbacken. Aber in Bödenladerweise ein Miniman, um an die Anker zu hören. Ich werde immer mehr. Gucken wir uns mal diesen Kampf jetzt mal von wirklich nah an. Ich bin vielleicht so ganz gut aus. Ich muss ja nicht zuklappen. Ja, richtig viel, die wir fischen. Ich bin wieder hier von zu viel. Ist aber jemand wieder hier hochgelevelt scheinbar. Jetzt haben sie ja auch nicht viel kaputt gemacht. Meine Böde und Arten sind bereit. Dann scheinbar immer eins mehr kaputt. Hm. So, hier habe ich nochmal drei. So, ich komme jetzt aus. Wie sieht es mit den Häusern aus? Habe ich sie schon alle erhöht? Ich kann auch gleich die Häuser hier bauen. Da hat was einzeln. Da hat was einzeln. Da hat man ja hier durchgelebt. Da hat was einzeln. Ich habe schon wieder viel zu viele Steine. Da hat man ja auch sehr weit schließen können. Um. Okay. Okay. Ja, passt nicht. Wir passen nicht. Wir passen nicht. Wir passen nicht. Na, na, na. 0, 1, 2, 1, 2, 1. Tö, 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 tö. Wer ist, wer ist, wer ist? Ich weiß nicht. Nö, ich glaub die wollen mehr Nahrung haben. Ich hätte die von oben angegriffen, nein, ganz krass. Doch, die schießen tatsächlich. Mir leid, aber ich will nicht mehr unterstützen. Ich bin hier. Ohne ein weiteres Lagerhaus bringt mir das nicht. Ich müsste das hier so schnell hochziehen. So schnell schaffe ich das gar nicht hier aufzuräumen. Ist ja das neue Steuerungswahl, wenn ich darf. Erstmal kurz hier hinten. Lass mich ein Narrow in den Händen setzen. Ja, großartig. Nur mal ganz kurz hier reinlaufen. Okay, lass uns das machen. Jetzt sind die andere zum Schnelldombies. Ja, das ist eine noch schminde Zombie. Ja! 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 Tja, so ist meine Taktik. Kurz anpimmeln, wegrennen. Kurz anpimmeln, Pussy machen. Aufstellen, anpimmeln, wegrennen. Aufstellen, anpimmeln, wegrennen. Ich hoffe, das ist lustig. Boah, da vorne kommt ja wieder richtig viel, ey. Oh, fuck, ich hab zu viel Ressourcen. Zwei und so viele Arroyd ab, oh scheiße. Ich hab's nicht gedacht. Muss ich eigentlich noch mal eine Kaserne bauen. Schaffen sie das, wenn ich kurz weggehe? Immer wieder einen Hit ab. Ich kann ihn nicht heilen, es gibt hier keine Priester. Ich hab zumindest das auch noch nicht mitbekommen. Du orderst, du payst. Gotcha. Stücke Wald? Great. Yes. So, so haben die doch schon mal ziemlich gut hier gehalten. Alles klar, ich verstärke hier. Ich verstärke hier. Meine neue Taktik sind bereit. Das besser wäre gut. Ich verstärke da. Ich tue hier noch jemanden hin. Du hast mich noch jemanden hin. Ja. Noch jemanden hin. Okay, weil die Taktik sind so viele Hilfen, die ich habe. Drücke wieder auf Hold. Und vorne, ob ich es gut ist. Alter, wie viele schon gelb sind. So viele hatte ich noch nie gelb. Nicht schlecht. So, perfekt. Ich kann mich hier doch perfekt verbreitern. Meine Kante und Kante sind bereit. Du wieder. Okay. Was auch immer du sagst. So lange, wie du mir bezahlt hast. Das ist schon krass, dass dieses Sichtfeld hier ziemlich klein ist. Das ist bei anderen Games nicht so. Ich muss mich weiter ausbreiten. Ich muss mich weiter ausbreiten. Ich muss mich weiter ausbreiten. Ich suche hier quasi die nächsten Binnenpass, dass ich weiß, wo ich defeln muss. Ich fühle mich gut, dass er für die Sicherheit, weil ich doch ein bisschen Pipi in der Hose habe, aber ich könnte jetzt hier mal einen Wall hinmachen, da ist kein Holz mehr jetzt, na toll, wie reicht es jetzt? 40 Holz, das muss ich vielleicht zuvor da hinzugehen. Hallo, ich würde gerne auf die 1 gehen und weiter produzieren. Ich könnte schon mal ganz schnell hier auf Produktion Steindingshütte und ich könnte Eisenproduktion. Du älst es tatsächlich nur noch hier der Weg. Ja, hier entschne ich nichts mehr zu sein. Ich könnte ein großes Gebiet kriegen. Echt sehr großes Gebiet. Ich muss mich hier hinstellen. So, wenn ich bauen, wenn die da rein marschieren. Was? Ich muss jetzt mal hier mehr Pflicht zugeben. Alter, okay, hier müssen 2 mehr rein. Es wird tatsächlich immer mehr. Oha, wie viel die hier kaputt gemacht haben. Meine Böse und Arten werden mir dafür bezahlen, oder? Was? Du werfst mir dafür bezahlen, oder? Oha, ich könnte jetzt hier zum Beispiel nehmen. Ich weiß noch nicht, wie viel besser die sind. Das ist eine gute Frage. Du werfst mir dafür bezahlen, oder? Du kommst mir dafür, oder? Das sieht hier doch ziemlich gut aus. Woher kommst du? Warte, ich habe es geschafft. Jetzt sieht man das vielleicht mal gleich. Püpp, püpp. Also wenn die weniger haben, dann... Ja, ist das halt scheiße. Da einen hin, hier einen hin. Da einen hin. Hier habe ich schon zugemacht. Da einen hin. Tempchen 1, Tempchen 2. Dann würde ich sagen, weil ich für die sicherheitliche Spiele... ... 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 Oh, die kommt dann wieder. Oh, sie kommt anders. Oh, mehr Orders. Schick hier noch mehr. Gotcha. Oh, here we go again. You again? Yeah. This better be good. Hm, ich hab die Pien. Gotcha. Ich hab die Pien in den Häuschen. Zumal kann ich hier vorne. My bow and arrows are ready. Nicht genug Materialien. Hier hin, da hin, da hin. Ist mir die Kahl. Ich hab jetzt gerade keine Ahnung, ob da jetzt noch so viel kommen mag. So, kann ich jetzt endlich mal. Ah, nö, geht nicht. Michael and arrows are ready. Farms. Holz, 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 Holz. So, das geht nicht mehr. Hier geht nichts mehr. Ich kann ja nirgendwo mehr Holz hin tun, bei diesem riesigen Wald? Das ist ja krass, ich hätte jetzt nicht gedacht. Krass. Ähm, das, wie sieht's denn hier oben mit aus? Oh, fuck. Ähm. Irgendwo zum Operieren gibt's nicht. Wir haben... zu viel, etwas, so viel, so sechs. Ja, die haben ein bisschen mehr Schaden, aber eine geringere Reichweite. Kann ich erst mal kurz Pause machen und irgendwie gucken, was ich hier noch so bauen wollte. Das ist zumindest schon mal etwas hier. Das machen wir jetzt, um es noch mal ein bisschen zu erweitern. Ich habe hier nicht mehr viel Energie. Es kommen immer noch ein bisschen mehr Energie. Es gibt noch eine Geringere Reichweite. Es gibt noch zwei Fischehütten wieder aufraunen. Das machen wir schon. Es gibt noch zwei Fischehütten wieder aufraunen. Du, du, du. Irgendwo ein Fischerhütchen. Oha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich kann hier noch keine Lagerhalle bauen. Das ist so gut. Ich kann hier jetzt so eine komische Lagerhalle bauen. Acht Energie. Ah, super. Arbeit habe ich zum Glück noch genug. Ich muss mal irgendwo um Energie hinbauen. Schöpfen die das da so? So, gut, 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 gut. Schöpfen sie es. Ich verstecke noch mal zwei. Was? Ich muss wo anders dahin noch ein bisschen was machen. Vielleicht nicht weiß, wo ich in die Tüten vor bin. Ist das scheiße. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Holz. Ich muss irgendwie mehr von euch bauen. Das bringt mir so nix. Die sind schon wieder da durchgeboren. Da ging es etwas. Ich bin schon bald wieder am Ende. Ernsthaft trotz. Ich brauche eigentlich diese Scheiß. Danke. Ich krieg das her, ich krieg das her, ich krieg das her. Das ist doch schon mal ausgeregt. So. Ein paar mehr Häuser passen hier noch irgendwo hin. Die Walls sind weiterhin andere Atelier. So, das ist besser. Ich werde hier noch was bauen. Ah, kein Holz mehr. Ja, scheiße. Holz, 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 Holz. Da kommt hier das Holz rein. Hm, es gibt irgendwann auch Türme, die können es hochballern. Es dauert aber noch. Hier müssen mehr Türme hin. Dreck. Danke. Schon wieder kein Holz, ernsthaft? Lass das Ding mal fertig. Wie kann ich gerade noch so ein Ding bauen? Nein, 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 nein. Kein Holz mehr oder was? Hä? Was ist denn der Scheiß da nicht hin? Wohne halt da hin. Wohne halt da hin. Was? Was? Jetzt habe ich in die Pfanne mit Busy Holz. Immer noch kein Holz. Die kommen hier wieder. Ja. 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 Aber ist alles okay? Uiuiuiuiui. Machen wir hier immer mehr kaputt. 60 Tage, 42 Bis ein großer Schwarm kommt Alter, das mit dem Holz ist echt nervend Boah, irgendwo kriege ich hier noch Holz her Wirklichens von hier noch Ich kann noch so ein Lagerding bauen Ich muss zum Beispiel da hoch Nee, haben so gut überlebt Das bringt mir jetzt nichts Ich muss irgendwie hier mal Dev auffüllen Ich habe hier so viel Geld Das Ding noch mal irgendwo hinzubauen Wo es Sinn gibt Da ich nicht weiß, ob die nicht wirklich jemand auch kommen Wird ich hier verdoppeln Alle Soldaten noch Nein, eigentlich kommen sie ja nicht Da wo sie hinkommen werden, wäre eher hier Meine Kug und Kug sind bereit Oh, ich bin voll mit Holz Ich bin voll mit Holz Ich bin voll mit Holz MILL Nächstes Kugat錢 Dann muss ich ja nichts machen Hier Dann muss ich ja nichts machen Wenn's unnötig ist So Dann habe ich wieder kein Holz Ich bin Anfang Das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Kein Holz. Damit das jetzt auch, bis ich wieder Holz kriege. Na ja, ich habe das da jetzt so schön gebaut. Dann würden die aber hier rum reingehen. Dann machen wir hierzu. Tab. Das glaube ich jetzt, weil die Karten ja auch immer größer werden, glaube ich schon mal eine größte Basis. Habe ich hier nicht irgendwo ein paar Einheiten hingeschickt? Genau. Daran. 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 So, ich muss jetzt wirklich alles nehmen, was ich zur Verfügung habe, was irgendwo nicht durch steht. Oh, jetzt habe ich gleich keine Arbeiter mehr. Jetzt muss ich hier erreicht. Wieder meine Arbeiter machen. Habe ich genug Nahrung? Schwingt. Farmen. 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 Halt. 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 Halt nicht. Halt. 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 Witzig's grün ist. Passt ja sonst nicht. Halt. Ohhhhhhhhh Tisch dahein, diech dahein Das wird schon echt knapp Dich noch da dich noch da dich noch da dich noch da reparieren dich noch da ich weiß nicht, ob ich eine bessere Dev bauen könnte hm ich habe nur noch vier Arbeiter ich habe wieder gute Nachbarung die wir haben hier raus hier hier passt ein das ist mir nicht zorg ich könnte in der Produktion noch eine Sägemühle machen Äh, 11 4, 2, 3, 4 Geht da Geht da Geht da Geht da Geht da Geht da nicht Fischerhütten Hier Geht da Geht hier Geht hier Geht hier Geht da Jetzt wollte ich aber noch ganz schön viel Energie Toll, ohne Arbeiter geht das nicht Keine Arbeiter mehr Kann ich Oh, die sind alle leer, die ist gut Geht Was fehlt denn, dass ich die noch Energie Haha Jetzt müssen einmal noch dieser scheiß Zugang Man darf eigentlich nur unter die 08 Geht So So Oh, ich habe wieder 15 Arbeiter bekommen Halleluja Geht da Türmchen nach da 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 Dahin, dahin, dahin Dahin Ach, nicht genügend Ressourcen, ernsthaft Ach, Gold, ach Gold, was ist denn Gold Anergie Anergie, 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 Anergie Anergie, Anergie, Anergie Anergie, 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 Anergie Scheiße Es gibt ja auch irgendwo nicht nur da die Minen da oben Es gibt auch irgendwo Golddinger Beide Die haben höhere Reiche weiter Zeig Ja, sag mir Aber bitte schnell wieder irgendwas kaputt gemacht es wird immer mehr da oben ich muss jetzt erst mal hier bauen da geht nix da geht nix hier habe ich jetzt habe ich jetzt endlich mal energie hier ich bin jetzt hier eine e-mail von gold reparieren kommander 2 2 2 und wegen Dann pack ich die auch noch da rein. Ich muss mehr Scheiße machen. Was wollte ich denn bauen? Mehr Energie, glaube ich. Ich brauche ganz viele Häuser, ganz viele Häuser. Ich muss aber am Anfang in den vier Stückchen passen. Toll, was ist denn das hier? Da sind zwei Stücke. Ja, ne, ich muss mal irgendwie die neue Träger. Da, wo ist hier? Hier haben wir jetzt ganz viele Häuser. Und wo ist das hier? Ich habe jeder keine Frage. Ja, da sind wir schon mal viele Häuser hier. Sooo, hoi. Zwei Stücke. Ja, zwei Stücke. Ich bin über zwei Stücke. Fick mich. Oh, das wird immer knapper. Ich muss ja nicht auf diesen engeren Raum mehr hinkriegen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt doch bald wieder ein bisschen knapp mit Zeug bin. Aber guck dir das an, wenn diese ganzen Häuser hier mal bald belegt sind, würde sich das auch wieder verbessern. Ja, wie wir da einhalten, ist doch sehr gut. Einen nach da. Könnte ich hier noch gut einen Turm hinsetzen? Dahin. Was? Ja. Ja, bist du denn nicht da drin gewesen? Ich gehe noch da. Wir laufen weiter. Ich könnte aber hier nochmal ein paar Mal bei dir machen. Das ist nicht in einer guten Relation. Und da ist bei der Station. Das passt auf jeden Fall. Und da ist wieder das... Segenreiner ... Segenreine, Steine weiter. Genau, ich bin Maus, Chaka. Äh, Eis. So, kann ich nämlich noch mehr verkaufen. Hier gibt es kein Augenwerk. Oh fuck. Was will denn hier noch? Da fehlt einer von euch. Oh, da fehlt einer von euch. Da fehlt einer von euch. Das bringt sie aber. Alter, wie hoch die... Einfach nur... Die können nicht was durchbrechen. Halt die Fresse. Ich will nicht wissen wann ich endlich mal die Steine kriegen. Oh, das bringt sie doch schon mal. Mehr, 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 mehr. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich muss drei da hin. So, ich hab viel Energie und viel davon. Ich muss heute die Häuser hier bauen. Ich hab hier hinten noch so viel Platz. Oder? Nicht wirklich. Ich hab schon mal weiter. Oh, was sind denn hier noch Häuser hin? Da passt da kein Fischer-Ding mehr hin. Doch, hier haben wir schon mal. Chaka, 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 chaka. Weiter auch Häuser. Ich hab schon mal. Ich muss das noch einmal hin. Könnte, man könnte, man könnte, man könnte. Was sieht's denn hier mit der Ursprung aus? Hä, fehlt wieder irgendwas. Nahrung, hätte ich nicht gedacht. Krass. Wie viel höher geht, kann ich grad nicht gehen. So, wie sieht's denn hier mit euch aus? Ich weiß nicht, ob ich damit einen Bug verursaue, aber wenn ich jetzt hier noch... Kann ich mir vielleicht dieser eine Mauer entworfen lassen. Und darf die sich ja in so ein Ding her setzen. Genau. Genau. Danke. Was baut denn der noch? Gib mir noch mal... Hier fehlt noch was auf Landstrecke. Hier fehlt auch noch auf Landstrecke. Kommandant? Kommandant? Dahin mit dich. Ah, hier unten ist ja noch gar nix. Toll. Wenn ich weiter mich ausbreiten will, geht's nur in diese Richtung. Meine Fresse. Ja, Autoräucher wieder nachbekommen durch diese letzten... Hoisi, die letzten Bauern. Meine Fresse und Arrows sind bereit. Mehr Nahrung hab ich nicht. Bub, fast 1000. Ich brauch aber 1500. Ich glaub, wenn mir die Früh erreichert und wenn dann die Tage abgelaufen sind, dann kommen alle Zombies, alle Restlichen auf der Karte und greifen dich instant an. So. Meine Fresse und Arrows sind bereit. Oh, hier geht's wieder. Was? Ich muss die hier oben mitnehmen. Ich muss die hier oben mitnehmen. Nichts hier unten. Ich brauch' ich mal. Ich muss das hier unten. Ich muss sicher nicht vor die von unten kommen. Wo ist mein Supersniper eigentlich? Der ist hier, ja. Das könnte echt schwierig werden. Und da... ... Ich hab' mir hier... ... Nichts mehr. Hier fehlt. Soldat, hier fehlt. Bogen-Tusse, hier fehlt. Bogen-Tusse. Oh, das Ding da noch. Da würde ich lieber nur Bogen-Leute reinschicken. Kommt hier von ein. Perfekt. Soldaten, da hin. Soldat, da hin. Gut, habe ich hier noch irgendwo Einheiten, die quasi... Ja, ich habe hier noch ein paar. Das sind die für die Innere. Tchaka, da würde ich jetzt überall nur einlassen. Ich weiß nicht, was hier hinten abgehen könnte. Was? Das ist mein Problem. Schick die Nacht da. Ich habe 100 Mittagessen. 50 Energie, aber kein Hunger-Nahrungs-Ding mehr. Das Ding habe ich nicht auf Zeug gesetzt. Die Einheiten mit Ressourcen wieder ziemlich voll. Ich könnte mir überlegen, hier gleich was zu machen. Und dann einfach die Einheiten als zweiter Vorsätzen zu Nord. Gut. Ich warte, glaube ich, noch einmal ab. Ich kann aber auch nicht das Ding hier noch irgendwo einsetzen. Vielleicht doch. Dann hätte ich mich nochmal richtig... Passt nicht. Jetzt komme ich zu nah. Hier wird es wieder gehen. Dreck, 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 Dreck. Ländere Jagdhütten. Tatsächlich. Oh, ich muss puppern. Da war ein Puppi. Oh, hier würde noch einer gehen. Warte, 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 warte. Hm? Das war ja vollsinn. Vier. Eins, zwei. Ist ja voll geil. Genau nicht. Sechs. Nein, das geht nicht. So, wie sieht Seidion mit DEV aus, keine Mensch. Bogenschütze. 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 Daddy. Bogenschütze. Warte mal kurz ab. Was hier noch so fehlt. Hier fehlt noch was. Nach da hin. Nach da hin. Nach da hin. Okay, das ist endlich voll hier. Das sieht schon mal nix besser aus. Kompetenz-Zombie hier auch. Hm. Habe ich eine Armee irgendwo? Das ist eine gute Technik. Ne, nimm mal bitte nur die... Just tell me what to do. You are gonna pay me for this, right? You again. This better be good. You again. Ich habe hier hinten immer noch Schiss. What? You are gonna pay me for this, right? Wie sieht's mit der Produktion aus? Nichts mehr. Wie sieht's mit der Produktion aus? Wieder nichts mehr. Was? Unruhlt. Yes. Ich gucke nochmal, dass hier nichts ist. Okay. Ich weiß, dass diese Def eigentlich schon schlagbar ist. Ist das alles? So boring. Ich habe noch Arbeiter, ich habe noch Strom. Da hin. Weiter geht's nicht, glaube ich. Warten wir mal ab. Ich habe hier ein bisschen Nahrung. Ich könnte mal gucken, ob hier noch irgendwo Platz ist für einen Pizza. Wie ist er? Oh, Männer auch habe ich nicht. Hm, wohin mit dich? Ganz dicht? Gib da hin. Ja. Ich brauche ihn. Ich komme hier auch nicht weiter. Nö. Mehr kann ich hier in dieser Richtung nicht bauen. Ich frage mich, was es bringen würde, immer weiter hier diese Zombies zu killen, ob es dann einfacher wird. Die sind sicher? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sicher. Es ist zu wenig. Was ist das? Ich baue aber Grünfleisch. Wie soll ich denn bitte schön sonst auf die ganzen Kacke kommen? Stimmt eigentlich. Ich dachte, hinten wäre gerade was Rotes. Die haben hier oben lang nicht mehr angegriffen. Oh, ist bald Tag 60. Dann sollte ich gleich mal auf Pause gehen. So, jetzt ziehen wir mal jetzt vollständig mal. Und das da gehe ich nicht hin. Eigentlich müsste ich jetzt oben anfangen, das so schnell wie möglich auszubauen. Ich habe nicht viele Tage Zeit. Ja, du schaffst das. Du schaffst mich für das, nicht wahr? Ja, ich schaff die Kamera rein. Geht nicht, okay. Eine neue Task. Reicht schon aus. Noch habe ich genug Holz, ja. Sieht doch ganz gut aus. Habe ich noch mal Holz? Ja, ich habe noch mal Holz. Irgendwie habe ich gerade so ein gut Gefühl. Das so, wie ich die ganze Zeit gerade rede. So leicht flüstert und alles. Dass das nicht gerade sehr interessant sein könnte. Jetzt kann ich noch nichts hinbauen. Zu viele Mauern eingebieten. Ach so, weil das Ding gilt so mit einer Hauertsmauer. Ach so. Kein Holz oder was? Ich brauche ein paar mehr Einheiten. Ist alles okay? Das ist die Frage, ob ich nicht ganz schnell hier... Ich müsste quasi... Ich würde jetzt schätzen, dass ich den und den abreißen muss. Um somit... Was? Wieso geht das nicht? Oh, ich muss eins weiter vor. Gut zu wissen. Dann schauen wir mal. Das und das dahin. Mal sehen. Ich muss jetzt erstmal fertig werden hier. Halt, ich kann ja in der Zeit... Hier auf ungefähr 100 runter und hier auf 100 runter. Und hier aufholz noch ein bisschen höher. 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 Leute hinschicken. Taka, 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 taka. Das besser wäre gut. Meine Baut und Arrows sind bereit. Was? Ich muss jetzt mal andere so hier warten, bis es fertig ist. Ist das hier oben schon fertig? Nein. Ist das hier unten schneller fertig? Ich kann nur warten. Nur warten. Eins. Zwei. Drei. Will ich hier dafür einhalten? Hier ist das schon mal dran. Gut. Halt. Nein, nein, nein. Eine Sache muss ich unten noch machen. Ich lasse das jetzt, weil wir wissen, ob ich diese Verteidigung halten würde. Ich habe kein Holz mehr oder was. Ähm. Ich kann auch ganz schnell. halt, ich muss oben bauen, sonst geht das hier nicht. Jetzt muss ich genau gucken, wie viele Flächen ich frei habe. Saubere Fläche, wieso eine saubere Fläche? Wieso kann ich da nichts hinbauen? Geht das nicht? Ich kann hier scheinbar tatsächlich nichts hinbauen. Wähler eine Fläche mit sauberer... Toll. Ich muss mich mal wieder abbauen. Ich kann hier gar nichts hinbauen. Toll. Ich wollte mich jetzt noch reinkuckeln. Na ja, oder einbauen. Tja, dann ist das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwie versuchen, meine Einheiten hier besser zu verteilen, um ein Tümchen zu bauen. Hier würde kaum noch einer hingehen. Nein. Schauen wir mal. Ne, das ist zwar wegen der. Das geht nicht. Das passt nicht, das passt nicht. Da geht's nicht. Scheiße. Hier würde noch einer hingehen und da auch. Gut, aber dann kommen die da nicht mehr weiter. Ähm. Meine Frage, kommst du dich da hin? Nein, ich habe dich. Ähm. Ich gucke, so kann er es. Oh, mehr Ordens. Da hin. Commander? Wait, on the orders. Any orders? For the humans? Oh, man. So mit dem Grund war es halt immer sehr gut gewesen. Weiter hier. So, was kann man denn hier noch machen? Interessanterweise passt hier noch ein Turm hin und hier passt noch ein Turm hin und hier passt noch ein Turm hin. Das wäre schon mal eine gute Sache für die Sicherheit. Dann packe ich noch hier einen hin und da einen hin. Na ihr wollt mich kriegen, dann kommt doch und holt mich. Boah. Meine Fresse. In der Segelmühle würde gehen. Fast perfekt. Tja, lieber, das machen wir mit der Karte. Hä, würde hier hinpassen. Also eine verfickte Farm bringt halt mehr. Oh, die würde hier sogar tatsächlich hinpassen. 31 ist nicht hier in Schmidt. Sieht zwar geil aus, ja. Aber egal. Ich kann natürlich noch mal gucken, wie ich eine Mauer bauen. Na, naja. Tag 60 ist in drei Tagen. Das besser wäre gut. Kommander? Dich nach da. 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 Ich kann mich bei so Bausachen echt beschissen entscheiden. Bei mir muss es halt auch schön aussehen. Tut mir leid, wenn ich das gerade mal so sagen muss. Ich habe immer noch keine Ahnung. Hm. Du wieder. Ich könnte natürlich auch nochmal für die Sicherheit euch hier nehmen und hier hinschicken. Ich habe hier hinten noch so viel. Ich glaube euch vier nehme ich mir auch mit nach hier vorne. Ich habe hier hinten noch so viel. Ich glaube euch vier nehme ich mir auch mit nach hier vorne. Sch echte. Sch galka. Muss da nicht. Ist da für so du so durch eure headquarters? Da hätte ich gern die D.T. Erteste Reich weiterheuern. Eure 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 Reich weiterheuern. Was möchtest du jetzt? Ich zeig noch da. Meine Fresse. So. Du hast Steuerwand 2. Produzieren, produzieren, produzieren. 41 Einheiten. Jetzt geht sie gleich rund. Der Actionmusik muss immer gleich rein. Ah, gut, starr. Ah, gut, starr. Wird für ein Scheißwort hier. Bin wohl schon voll durch. So, ich kann hier grad eh nix machen, außer warten und vielleicht noch was trinken. Meine Fresse und Fresse sind bereit. Reportieren für Arbeit. Meine Fresse und Fresse sind bereit. Wie kann man euch da hinstellen? Warte mal, warte mal. Ich nehme euch einzeln. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Ja, die sind auf On Hold. Ja, die sind auf On Hold. Das wieder bauen. Wieder von beiden. Nur 5 Stunden. Es geht echt schnell. Ich glaube, die lasse ich als Haufen. Ich hoffe, die kommen jetzt nur von oben. Falls sie jetzt nur von oben kommen würden. Noch kann ich pausieren. Ich dürfte sogar in die Farbe. In den Wald bauen. Ich hätte hier noch nicht. Es geht hier nur um Euresicherheit. Tschaka, tschaka, tschaka. Hm, ich bin es mir zwar sehr unsicher, aber ich brauche es lieber mal hier hin. Na, es ist doch sehr gut. Warten wir mal mit mehr Zaun. Eine Stunde. Scheinbar von oben. Das ist doch ein komisches Symbol. Und von unten. Ganz ehrlich, wenn ich euch irgendwie... ...hier hinstellen... Oh, da kommt sogar ein großer. Okay. Okay. Du produzierst mir eine Einheiten mal hier hin. Du produzierst mir auch Einheiten dahin. Und du wirst dir die Einheiten... ...deine Luft. Was für dicke Oshis, ey. Okay. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Oh mein Gott. Guck dir das doch mal an. Und das ist leicht. Das ist Pipifax. Das ist ganz, ganz leicht. Du wieder. Tuck, 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 tuck. Wie viele... Wie viele Einheiten... ...hier, wie viele... Euch zwei nach... ...da. Euch zwei nach... ...da. Dich nach... ...da. Dich nach... ...da. Ah, ich muss jetzt alles nehmen, was ich kriegen kann. Ich hab da an Karte bisschen Schiss vor, ey. So, von hier unten. Das Einzige, was ich mir hier unten noch einfallen lassen könnte, wäre... ...noch mehr Türme. Du produzierst, du produzierst alles produziert. Ich habe hier noch ziemlich viele Einheiten. Ich schicke euch auch nach hier. Gibt es hier noch irgendwo was? Ich schicke euch auch nach hier oben. Alter, ey, ich muss mal ganz kurz hier ran. So, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich weiß nicht, kann ich sie reparieren? Okay, ich sehe gerade... Passt ihr hier hin? Passt ihr hier hin? Die teilen sich krass auf. Ich habe minus 9 Nahrung, das geht? Habe ich denn das hin gekriegt? Was, 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 was? Scheiße, sie kommen durch, sie kommen durch. Oh, das hört nicht, das hört da hinten aber auf. Wie sieht es hier aus? Ey, hier kommen sie, hier schaffen sie es. Dann alles, was auf Armee übrig ist, nach hier hin schicken. Euch vier nach da. Du produzierst noch. Du produzierst noch. Du produzierst noch. Okay. Hm. Oh, wow, 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 wow. Alter, da ist mein Sniper dabei, da ist mein Sniper dabei. Nein! Hallo, wieso kriege ich... Der ist tot. Mein Sniper ist tot. Scheiße, 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 okay. Man kann alle zwei einbauen. Ah, da kann ich noch einen hinbauen. Nee, geht nicht. Scheiße, okay, die, die sind da jetzt alle tot, ey. Ich kann aber... Ach, geht nichts mehr, geht nichts mehr. Okay, das Einzige, was ich machen kann, ist Einheiten hier hochschicken. Das hier unten ist ja eh gleich wieder repariert. Mach das hier mal ganz schnell. Passiert hier nämlich nichts mehr. Ganz ehrlich, ich geb mir mal vier Stück. Schick die nach. Scheiße, nach hier. Und wird sich jetzt auch noch da. E2, E1, E0. Und alles noch da geschickt. Oh, oh. Okay, jetzt muss ich das so ganz kürzen Schritten machen. Ich krieg die da nicht raus. Obwohl, die sind super trainiert. Die sind nicht mehr so fiese. Ich kann auch keinen Turm da hinsetzen, oder? Nein, geht nicht. Das ist nicht schön. Nicht, dass sie irgendwie zubauen. Nee, geht nicht. Das dauert hier noch. Scheiße. Ja, ficken, ey. Tja, das Haus muss bleiben, ey. Sonst habe ich ein riesiges Problem. Ich muss alle Einheiten hinschicken, sonst schaffe ich das nicht. Sonst habe ich alles umsonst. Alle Einheiten, die ich habe, hierhin. Du wieder? Gotcha. Da hin. So. Kann ich hier noch irgendwas machen? Toll, nach hier. Bringt's mir ja voll. Toll, blub, blub, blub. Ich krieg dir da ja nicht mehr raus. Toll, die Dinge hier müssen mal fertig werden. Die brechen hier schon. Oh nein, ich schaff das nicht. Ich werde das nicht schaffen. Fuck, ey. Hätte ich die hier alle voll, hätte ich es bestimmt geschafft. Ich schaff das nicht. Die kommen durch, die kommen durch. Ich schaff das nicht. Das kann halt sein, ey. Oh nee, ey. Ich muss mich doch verarschen. Was soll ich jetzt machen? Das ist... Das sind einfach zu viele. Die kommen durch die Verarschen her. Genau deswegen zocke ich dieses Spiel. Hatte ich es mal ein halbes Jahr nicht gezockt. Fuck, ey. Schaffe ich nicht. Bitte so mal an, was es hier für eine Masse ist. Na, ganz große. 1,5 und diesen Schrauber so. Ab Tag 60. Ey, das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein. Wie gesagt, ich werde es nicht wiederholen. Als letztes wird, dass ich es schaffe. Na, ganz klasse. Was ein Scheiß, ey. Ja, halt die Klappe. Oh nö, ey. Das tut mir leid, um das nochmal gerade so schön auszudrücken. Das zieht einen wieder runter. Echt nichts für ungut. Aber nach einem harten Arbeitszeit braucht man ein Game, was so mittelschwer ist. Dass man auch ein Erfolgserlebnis hat und alles. Aber nicht sowas hier. Ey, das war echt übel, ey. Die Mission muss ich sogar 1600 machen. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht, ähm, ja, weiß, ob ich eine alte Mission wiederhole und quasi noch einmal diese Belohnung hier kriege, um somit, ja, meine, meine, mein Schöpferding hier mein, äh, Entschuldigung, es gibt keinen Namen dafür, Baum, Erfindungsbaum, Technologiebaum zu erhöhen. Hier gibt es irgendwie diese erweiterte Optik, aber das ist ja noch keiner, weil hier die Sniper setten wir hier. Wo ist denn hier der, keine Ahnung, es gibt ja noch irgendwo einen Turm, der schießen kann. Hier ist was, ein Wachtturm 2, aber der schießt nicht selbst. Es gab hier irgendwo einen Turm, der schießt selbst. Der macht, glaube ich, Energie. Na, 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 das macht nur Energie. Hä? Gab es hier nicht irgendwo einen Turm, der... Das macht Veteranen, aha. Mist. Gibt hier nur diesen verstärkten... Fuck, aber wie soll man das da schaffen? Würde man wenigstens die komplette... Boah, das ist echt schwierig. Wie hätte ich das schaffen können? Hätte ich jetzt wirklich so viele Türmen, wie es auch noch möglich geht, gemacht? Und hätte ich dann alle Einheiten wirklich aufs Höchste gelevelt? Ich dürfte da oben gar nichts hinbauen, bis zum Haupthaus. Ich müsste da nur Dev hinbauen. Mehr dürfte ich da gar nicht hinbauen. Wenn man mal ehrlich ist. Man muss immer ein Team haben, was quasi die Karte aufräumt. Scheiß, die Mann dann, ey. Ja, da kriegt man ja auch ein bisschen Skotzen. Toll. Was ein Scheiß. Tja, es ist halt... They are fucking billions. Ich würde aber jetzt mal gehen zum Hauptmenü zurück. Weil ich hab... So viele Zombies hab ich, glaub ich, noch nie erlegt. Das ist echt abartig. Bob, ich hab fast 6000 Zombies gerade in einer Session erlegt. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Boah, jetzt werd ich aber müde. Ich muss ins Bettchen. Was kann ich noch als Abschlussfazit sagen? Ich glaub, ein Vollpreisspiel ist das nicht gewesen. Und dank Steam und gewisser Vorzüge, wenn ein Sale ist, holt euch das dann da, wenn's euch unbedingt interessiert. Geld dafür krieg ich leider nicht, dass ich das gerade empfehle. Ja, und sonst, ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Art und Weise Spaß gemacht, interessiert, war amüsant. Und keine Ahnung, ja. Noch eins in dieser Richtung werd ich nicht machen. Also noch eins zu, der ja billions nicht. Außer wenn ich vielleicht wirklich mal den kompletten Technikbaum jemals vollkriegen werde. Aber ich werd's jetzt einmal noch versuchen, wenn ich dann wieder die Mission nicht hinkrieg, ey, dann zocke ich wieder was anderes. Das ist halt echt... Ja, ich weiß nicht. Nutze ich die falsche Strategie? Zocke ich zu langsam? Nutze ich die Funktion der Pause zu wenig? Oder bin ich halt einfach nur ein standardmäßiger Strategiespieler und keiner, der so ultra buberduber ist oder wie? Keine Ahnung, ey. Man zockt einfach angenehm, ohne viel zu denken. Punkt. Ja? Okay. Tschüss. Und bis denn. Und Dankeschön fürs Schauen. Zuschauen. Punkt. Punkt.